es ist kurz vor mitternacht ja das ist nicht gut also heute mit patze ich bin auf dem kanal von neutraler auf einem video sieht auch bei mir auch gerade das heißt hier schon district best of play best friend bei neutraler und ja kevin hat schon länger angekündigt dass er ein paar minuten district laushauen wird ich bin übernatürlich gehypt das ist ja schlimmer als bei manchen blockbuster film das ist ja absoluter hammer ok dann heißt es noch fünf minuten warten ich kann voll machen 1,650 noch es geht los der beat beginnt schon blen tag her best of play oder best friend doch für mich bist du eigentlich nicht erwähnungswerden ich glaube ich habe nie minecraft videos geklaut nie in meinem leben das schwöre ich wann habe ich minecraft videos geklaut alter erst mal konfrontieren aha du bist nicht mehr sein freund aha ja 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 oh scheiße ich hab zurückgespult moment wo war ich denn war ich hier auch ja ich ich nicht ich habe das Schreiben das kannst du schon mal nicht darauf erst mal ein schluck war Aha abonniert aber ja Er sagt ich bekomme Klicks wegen meinem Namen, aha alles klar Kommt da noch was? Bei mir? Ich mach irgendwie trotzdem Oh 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 Bist du gerade beim Leon Machierpart? Doch heute frage ich dich nicht Was kannst du? Diss Trick das ganze schon mal nicht Oh oh das ist hart Das ist hart ja Erstmal fronten erstmal Diss Trick an einem neutraler Ok weiter gehts ja Diss Trick kommt zurück Boah dieser Sound gerade ging Ende Warte mal ich bin noch mitten drin Dieser Sound Sound Ok ja Ich hab's grad bei dir gehört Ja 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 Ok Ja Ok 2,55 Nicer Track Nicer Track Nicer Soundtrack Nicer Diss Track Ok was Ja Was kannst du uns dazu sagen? Dein Fazit zu zeigen Mein Fazit Ja Mein Fazit Mein Fazit ist Das gibt Rache Das ist das Video für dich Ähm Ja Klasse Klasse Video 10 von 10 Ja Ähm Text Heftigs Heftigs Da kommt was zurück Darauf kannst du dich freuen Darauf kannst du dich freuen Ich sag nur eins Da bin ich wieder dabei Egal 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 Musikalisch Ja er hat vorher schon gesagt Das ist nicht so das Beste Aber ich find's ganz gut Ja Also wahrscheinlich hätte ich So ein Google Translator Jemand hätte machen können Ähm Wie du es gemacht hast mit Google Translator Wo du mich mit Yu-Gi-Oh! Alle Diggern frontest Ok Ok Aber dann kamen so Lines wo ich mir denke So uff Uff Ich lass nur was einfallen Kevin Also siehst du Kevin Auch wenn du mein Video siehst Oder sein Video Ansage ist raus Vom Best of Nicht ich Weil ich werd zerstört Ähm ne ähm Ne Da sind wir doch kein Distriks zurückgeworfen Also Gut Ja mein Fazit ist natürlich auch Man kann eigentlich nicht wirklich viel aussetzen Natürlich ist es kein Musikgut Es ist aber nur ein Bild Aber ja Und natürlich das Musikalische Aber er hat auch selbst gesagt Das ist das erste Mal natürlich Ich kann das wieder damit entschuldigen Aber ja Ich würd sagen Schaut natürlich bei Neutrale vorbei Der Distrack Neutrale selbst Und Best Friend Sind unten verlinkt Hat sie ebenfalls Ja so bei ihm halt Bei mir nicht Ähm Ja Würde ich sagen Lass ein Like da Wenn es euch gefallen hat Und ab wenn ihr auf den Kanal seid Und mehr von mir wollt Und verdammt nochmal abonniert Neutrale verdammte Gescheiße hier So ähm So ähm Ähm Wir sagen ja auch Bis dann Ciao Bis dann 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 Bis dann